Du warst nicht vorbereitet! Das sieht jetzt nicht so bad aus. Aber wir haben wieder zahlreiche Themen mit am Start. Und inklusive natürlich auch einige Briefchen von euch. Da ist wieder ein Briefkasten randvoll. Da lesen wir uns natürlich gleich wieder durch. Und nebenbei versuchen wir ein bisschen mit den Quests voranzukommen. Das ist immer noch im Brachland. Gut, wie immer, wenn ihr gerne Fragen stellen möchtet, könnt ihr jederzeit gerne auf dem Server REXA oder Lehrerncharakter stellen und dann einen Brief an Community-REXA schicken. Dann sollte ich das normalerweise auch kriegen. Nummer 1. Der hat schon den Char gelöscht, glaube ich. Zumindest steht da nichts mehr drinnen. Transmog Frage. Hey Shiami, erstmal möchte ich dir für deine unterhaltenen Videos danken. Dankeschön. Die haben mich auch wieder zum WoW-Spielen gebracht. Jetzt zu meiner Frage. Woher bekommt man die fein gewirkte rote Festtags-Shorts? Habe ich schon auf Wowhead geschaut und finde einfach keine Antwort auf meine Suche. Dachte, ich frage mal das große WoW-Orakel. Shiami macht weiter so und viel Liebe und bleib gesund. Dein Zuschauer Roxl. Fein gewirkte Festtags-Shorts. Da muss ich jetzt kurz... Fein gewirkte Festtags-Shorts. Sind das die hier? Ich glaube, das sind die neuen Items. Mit Patch... Kann man das checken? Kann man noch nicht checken. Mit Patch 10.1.5, also dem aktuellen Patch und 10.1.7. In dem nächsten Patch werden ja die ganzen World-Events überarbeitet. Wer das noch gar nicht mitbekommen hat. Das ist ja eins von den Dingen, was sie gerade machen. Deswegen wird ja so viel alter Content wieder irgendwie attraktiv gemacht. Wie zum Beispiel Naxx und Co. Und sie revampen die ganzen World-Events. Das heißt sowas wie Braufest, wie das Erntedankfest, wie Nachtschrecken und so weiter. Alles, was es halt gibt in WoW. Inklusive dem hier, das ist ja ein neues World-Event hier überhaupt. Das wird überarbeitet und da gibt es komplett neue Rewards. Und manche davon sind jetzt schon in-game zu sehen. Und ich denke, dass das einer davon ist. Ich bin mir ganz sicher. Ich tippe, das gibt es dann erst mit Weihnachten mehr oder weniger in-game. Da wurde auch schon was anderes gedacht. So eine Zuckerstange als Schwert und so Stuff. Da gibt es recht coole Sachen. Und unter anderem gibt es zum Beispiel anscheinend auch einen Hard-Mode für die Event-Bosse. Die werden ja auch komplett überarbeitet, die Event-Bosse. Da wurde nämlich schon was für Nachtschrecken und für's Braufest irgendwas in der Art gefunden. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was das werden soll. Ansonsten wäre es sich wahrscheinlich gedulden müssten. RomGav, HC NUX Classic. Hey Flo, hast du das mitbekommen mit dem Hardcore-Classic-Vorfall in NUX? Da hat ein Spieler mehrere Monate, dreieinhalb Jahre oder dreiviertel Jahr, sich in eine Gilde eingelebt und nur darauf gewartet, als Tank die ganze Gruppe zu wipen. 36 von 40 erwischt. Er hat mehreren Spielern geholfen. Gier gefahren, wir sind 20 Stunden die Woche geholfen. Einem Discord aktiv und so weiter. Wie findest du das? Beziehungsweise hast du persönlich eine Meinung dazu? Ich persönlich finde es irgendwie mega interessant, wie Spieler teilweise so drauf sind. Liebe Grüße. Ich habe da jetzt keine massive Meinung dazu. Ich meine, das ist halt zu verdanken Social Media und Co. Leute wollen halt irgendwo in irgendeiner Art und Weise Aufmerksamkeit und dann passiert halt einfach sowas. Ich habe da jetzt keine wirkliche Meinung dazu, wo ich ehrlich bin. Dystopie. Uff, die rechtschraffenden Kugeln ging wohl nicht los von Schmähde. Die hat die gestackt ohne Ende und jetzt kriegt er sie alle nicht los, wie es aussieht. Ich liebe dich. Frage zu Ernährung und Sport. Hey, Shami. Leider keine Frage zu W.O.W., aber zu Sport. Mach seit Anfang des Jahres nahezu regelmäßig Sport, täglich Yoga und zwei bis dreimal Gym pro Woche. Ernährung ist identisch wie vorm Sport. Nun müsste ich nicht rein von der Logik her abnehmen, da ich jetzt mehr Kalorien verbrauche. Leider habe ich bisher noch drei Kilo zugelegt und es ist frustrierend. Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm. Viele Grüße und mach weiter so. Gezeichnet. Ich liebe dich. Das ist mein Name. Jo, zwei Silber. Irgendwer war letztens mad, dass ich hier die Sachen nie rausnehme. Okay, ich werde mir das jetzt angewöhnen, hier immer instant alles rauszunehmen. Eventuell, also zwei mögliche Szenarien. Entweder drückt der Schein und du isst mehr, denn wenn man trainiert, hat der Körper aber auch ein höheres Energielevel, das erhalten muss. Das heißt, es kann sein, dass du einfach mehr isst, ohne es zu merken. Das geht schneller, als man denkt. Oder Nummer zwei. Unwahrscheinlicher. Du hast einfach mehr Muskelmaße aufgebaut und Muskelmaße wiegt mehr als Fett in dem Sinne. Aber ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon ist. Anfang des Jahres. Ich meine, wie aktiv du das jetzt machst, ob du das wirklich durchziehst und so weiter. Aber die wahrscheinliche Variante ist einfach, dass du mehr isst, als du glaubst. Und dementsprechend trotzdem immer noch im Kalorienüberschuss bist. Oder du benutzt die Waage falsch. Das wäre Möglichkeit Nummer drei, denn das Gewicht schwankt immer von Tag zu Tag. Wenn du das Gewicht richtig nehmen möchtest, dann müsstest du jeden Tag zum Beispiel nach dem Aufstehen aufs WC gehen, dann direkt wiegen. Das machst du eine Woche lang und aus dieser Woche ziehst du dann den Schnitt. Das heißt, an einem Tag bin ich 80 Kilo, 82 Kilo, 81 Kilo, 80 Kilo und so weiter. Und dann ziehe ich da den Schnitt und dann habe ich mein Gewicht jetzt aktuell. Nicht an dem Tag gerade immer schauen, weil je nachdem, was du gegessen hast, wie viel Salz und so weiter du intus hast, wie viel Wasser der Körper gerade gezogen hat und so weiter und so fort, kann das natürlich sehr stark schwanken. Umso höher dein Gewicht, umso mehr die Schwankung, die drinnen ist. Deswegen einfach schauen, dass du das im Idealfall sollte man tracken. Wenn man es wirklich gezielt machen will, dann solltest du tracken. Da gibt es meinen in den Kommentaren sicher der ein oder anderen Tipp für eine App. Mir fällt gerade der Name ein. Heißt das MyFitnessPal, also es gibt mehrere Apps, die gratis sind. Damit kannst du dein Essen mehr oder weniger tracken. Das ist nervig. Ich weiß, das ist am Anfang einfach störend, wenn man sagt, man wiegt jetzt, wie viel Reis ich habe, wie viel Hühnchen oder Tofu oder keine Ahnung, was du isst. Ich da pro Mahlzeit drinnen habe und dann kann ich genau checken, wie viel Kalorien ich intus habe. Und das verfolge ich halt einfach eine Zeit lang. Am besten immer zwei, drei Wochen. Dann schauen, habe ich in der Zeit abgenommen, wieder den Schnitt aus der Woche ziehen. Und dann kannst du das immer anpassen und schauen, deine Kalorien halt dementsprechend zu variieren. Gibt nicht gratis Kalorienrechner und so weiter. Da hast du wenigstens halbwegs. Natürlich ist das nicht hundertprozentig, aber du hast wenigstens halbwegs den Intake, den du haben solltest. Und dann sagen wir halt 2000 Kalorien, 1500, was auch immer. Und dann verringerst du das minimal. Nicht irgendwie um 500, also um die Hälfte runter, sondern einfach mal um 100 reduzieren, um 200 reduzieren. Minimalistisch. Und irgendwo schauen, wo du dich wohlfühlst. Und in dem Sinne dann einfach weitermachen und das über die nächsten Wochen dann probieren. Nicht erwarten, dass er jetzt magische Zahlen passieren. Aber einfach weiter probieren und sich systematisch mehr oder weniger nach unten arbeiten, sodass man sich trotzdem noch wohlfühlt. Denn wenn man jetzt zum Beispiel im Extremsport drinnen ist und halt extrem kattet und so weiter und auf sehr wenige Kalorien fährt, das ist dann auch nicht mehr witzig. Es sieht dann cool aus, wenn man recht lean ist und so weiter. Wer darauf steht, aber das ist halt dann rein körperlich von der Empfindung ist es halt nicht mehr angenehm. Ähm, Madarax, Blizzard. Hey Shiami, ich feiere deine Videos. Bist korrekter Typ und genialer YouTuber. Nun zu meiner Frage. Ich habe in den letzten paar Tagen gelesen, dass Microsoft Blizzard kaufen möchte. Würde gerne mal deine Meinung darüber hören, was du darüber denkst und was du davon hältst. Ich danke dir schon mal für deine Antwort und bin mal gespannt, was du dazu sagst. Bleib so wie du bist. Ähm, haben wir da nicht schon mal drüber geredet? Ich glaube, da haben wir in der letzten Folge irgendwann drüber geredet, wenn ich mich nicht täusche. Generell, ähm, ich meine, als Konsument ist es gut, dass es gekauft wird. Warum? Microsoft hat viel Geld und sie werden nicht ein Produkt kaufen, um es dann runterzufahren. Das heißt, es ist zukunftssicherer. Für die Mitarbeiter ist es angenehmer, weil die Mitarbeiter hatten ja bei Activision Blizzard, zumindest was man halt so in den Medien hört und so weiter, nicht gerade den allerbesten Arbeitsplatz. Deswegen vielleicht da ein bisschen angenehmer. Was es jetzt für die Spieler an sich heißt, wie gesagt, es ist zukunftssicherer. Viele hatten ja den Verdacht, dass es dann in den Game Pass übergeht, aber da haben sie ja schon vorher gesagt zum Beispiel, dass im Game Pass nicht drinnen sein wird, also World of Warcraft. Da sind dann eh Leute dahinter, die das durchrechnen, finanziell bis zum geht nicht mehr, um schauen, was sich mehr rechnet. Ich tippe aber eins der Positiven, was sich daraus ergeben könnte, wäre, dass World of Warcraft zur Konsole kommt. Und ich weiß, da sind immer so viele, auch wenn wir im Stream darüber diskutieren. Finde ich immer interessant, weil, ähm, auch wenn man im Stream darüber redet, oder so und so weiter. Es sind immer Leute dabei, die glauben, dass man World of Warcraft nicht auf der Konsole spielen könnte. Ja, da sind doch zu wenig Buttons und so weiter. Es ist euch klar, dass in WoW bereits Controller-Support besteht und es einige Leute gibt, die mit Controller spielen. Und es gibt auch sonst zahlreiche MMOs wie Final Fantasy, Elder Scrolls Online und so weiter. Die funktionieren allesamt mit Controller. Du hast mehr als genug Kombinationsmöglichkeiten, um alle Dinge zu binden, die du binden möchtest. Und es spricht eigentlich nichts mehr dagegen, dass es heutzutage mehr oder weniger auf Konsole funktioniert. Also ich tippe mal, dass das eins der Dinge wäre, was sie machen würden, dass sie versuchen zu portieren, mehr oder weniger für Konsole an sich. Ähm, Dautaka. Hi Flo, wollte mal Danke für deine Videos sagen. Deine Displays schaue ich ultra gerne und level parallel ganz entspannt einen neuen Hexer hoch. Und den Guide für Naxx war nicht saustark, aber voll hilfreich. Dankeschön. Bleib so wie du bist. Best, da du ja gerne deine Transmogs wesselst. Hier sind noch ein paar Münzen, um den Transmogger zu besitzen. Das passt nicht. Ich habe hier gerade umgemoggt. Ähm, da ist schön. Da haben wir noch einen Brief von ihm. Flo, du hast nochmal einen Guide zum legendären Stab aus den Feuerlanden gemacht. Yes, gibt es immer noch. Für alle Legendary, ich habe einen Guide. Ähm, aktuell befinde ich mich mit meinem Dudu bei Shanox, wo waren bei seinen Falle gelockt werden. Wo es in dem Video wurden Pet-Klassen erwähnt, wie Jäger, Hexer und Healdudu. Habe nie Healdudu gespielt und erfolgslos nach dem Begleiter gesucht. Ähm, kann es sein, dass der Begleiter in irgendeinem Patch entfernt wurde. Es ging eine Zeit lang mit dem Eulen-Begleitern. Diese Drehans, was man stellen konnte, das funktioniert aber nicht mehr. Ich glaube, die killen mittlerweile einfach schon alles, falls die überhaupt noch existieren. Ich habe jetzt nie Eule gespielt. Ähm, muss den zweiten Spieler mitnehmen. Es sollte anders mittlerweile nicht mehr möglich sein. Außer man wird selber gar nicht mehr, das müsste trotzdem. Na, müsste es normalerweise. Kann sein, wenn du nicht mehr angesprungen wirst, musst du mir auch nicht beantworten. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Ich habe den Stab irgendwann mit dem Priester geholt. Ich weiß nicht mehr, wie ich das da gemacht habe. Ähm, müsste es entweder, müsste einer beantworten oder sonst muss einen zweiten Spieler mitnehmen. Ähm, da ist draußen heißes hier noch ein kühles Getränk. Jo, Becher Froschgiftbier. Okay. Äh, Dautadanka, Rufer, Charaktereinstieg. Guten Abend. Ich wollte dir für deinen netten Geist Dank sagen. Hab mir oft geholfen. Ich bin nach langem wieder in WoW zurück. Meine Frage, ich wollte einen Rufer spielen. Aber ich weiß nicht, wie oder was ich mit dem machen soll. Ich spiele normal Solo, kein BVP oder Raid. Was würdest du mir empfehlen? Ich danke dir für deine Videos. Du wolltest einen Rufer spielen, aber du weißt nicht, äh, was ich mit dem machen soll. Wie, du weißt nicht, was du mit dem machen soll. Skillung oder was? Oder vom Spielstyle-Stil her, du spielst nur Solo, keine BVP oder Raid. Ich meine, die Time Rifts, die jetzt neu eingefügt werden, sind super und kommen extrem gut bei der Community an. Die findest du immer in Taltrasus. Da ist das hier, das Zeitriss-Ding. Ähm, da kannst du immer mitspielen, da kannst du dich super gieren drüber. Ähm, Droprate ist ein bisschen niedrig von den einen Dingen. Eins gibt's garantiert pro Woche und die anderen droppen halt so nebenbei irgendwann mal. Ähm, ja, ansonsten halt alten Content-Farmen, Mounts collecten, Achievements collecten, Story ansehen, die verschiedenen Story-Quests machen, die Side-Quests machen und so weiter. Ähm, gibt mehr als genug, was man machen kann. Also, wenn's um das geht. Wollte ich sowieso mal ein Video zu machen, was alles an Content in WoW existiert. Äh, Numok? Keine Ahnung. Äh, bestes Let's-Play-Book gibt. Hey, Shiami, ich wollte mal fragen, was du vom Taschensystem hältst. Äh, ich habe wirklich echt Spaß am alten Content-Farmen. Meine Taschen und Bänke sind schon mit Dragonflight-Stuff total überfüllt. Haben mir jetzt Bank-Jars angelegt, aber überblicklich ist etwas anders. Äh, ich finde, es könnten mehr Items und Abzeichen abgespeichert werden. Frage 2, wenn es mir für Plus-Sets geben würde, also Teamwork-mäßig, bei was für einem Rating würdest du die ansiedeln? Irgendwo zwischen KSM und KSH, also 2250 um den Dreh rum. Äh, irgend so den Zwischen-Reward, wo man die Sets holen könnte. Ähm, oder zuerst die Sets, dann das Mount, dann den Schulter-Aufwertungs-Ding. Äh, Frage 3, findest du, es gibt zu viele Fähigkeiten? Ähm, glaube, ich glaube, den Brief nehmen wir mit. Ich glaube, ich soll immer die Briefe hier mal wegschmeißen, ich komme sonst immer komplett durcheinander. Ich glaube, den Brief nehmen wir mit. Äh, gehen wir gleich drauf ein. Ähm, Moxley, Schattenram und Naxx, sei gerüßt, kühne Recke. Habe erstmal frohen Dank für deine nützlich unterhaltsamen Videos. Äh, hätte mal eine Frage, äh, hätte mal die ein oder andere Frage. Durch deine Guides für Naxx-Setter bin ich drauf gekommen, mir die Naxx-Sets mit jeder Klasse zu fahren. Folgendes Problem. Viele Sette-Teile droppen nur in Archivons Kammer. Das ist eine falsche Beschriftung einfach nur. In Tausend Winter gibt es eine Möglichkeit dort reinzukommen, auch wenn es der gegnerischen Fraktionen gehört. Nein, du müsstest es für deine Fraktion einnehmen, wenn du es haben möchtest. Aber, ähm, das ist einfach, das haben sie falsch beschriftet, mehr oder weniger. Äh, es geht um die, zum Beispiel Sets von ICC und, äh, Uldur und so weiter. Da steht bei manchen Sachen einfach dabei, dass es in der, in der Archivons Kammer droppt, was es auch tut. Aber es droppt alles auch in den jeweiligen Raids. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Naxx-Rama Sets halt collectest, das droppt alles in Naxx-Rama selber oder in Opsi oder in Maligos. Die drei Raids gehören quasi zum selben Raid-Tier dazu. Ähm, und ja, da gilt es halt einfach alles abzufarmen halt. Die Tokens, also wahrscheinlich bei der Hose und so weiter, steht es immer dabei mit der Archivons Kammer. Äh, das sind einfach zum Beispiel die Hose-Drop bei Tadius und so weiter. Das sind einfach Tokens zum Aufdecken. Das ist nur, weil die nachher von uns Kammer würde direkt das Set-Teil an sich droppen. Und deswegen haben sie es wahrscheinlich automatisiert halt hinzugefügt. Wären sie wahrscheinlich nicht irgendwie händisch alles geedet haben, würde ich mal von ausgeben. Ähm, Frage Nummer zwei. Ist es mittlerweile möglich, die komplette Quest-Reihe für Schatten? Da ist der Brief nicht lang genug gewesen. Ähm, ich schenke mal, da steht, ist es mittlerweile möglich, die komplette Quest-Reihe für Schattengramm solo abzuschließen? Und die Antwort darauf ist nein. Funktioniert nicht. Äh, es gibt immer Sachen für im MMO, wofür du andere Spieler benötigst. Und, ja, bei dem wird es auch bleiben. Bei der Blut-Quest bräuchte es immer noch einen anderen Account. Ja, ich weiß, es kommt wieder einer. Oh, du kannst doch umloggen und so weiter. Ist mega kompliziert. Und wahrscheinlich verstehe das eh nicht, wenn ich es ihm jetzt erkläre. Ähm, bessere Möglichkeit ist einfach zwei, drei Leute suchen, die du beißen kannst da drinnen. Und dann ist es leichter. Ähm, am besten sind das überhaupt Leute, die irgendwie mit dem Lower Level Charm mitkommen, der irgendwie Level 30, 40 um den Dreh rum ist. Weil, wenn die Mind Control sind, dann kannst du die einfach oben hauen danach. Ähm, mein Lieber, ich verstehe nicht, wie du Holy Priests nicht magst. Marginal von nicht. Aber egal, wie würdest du es finden, wenn der Priester einen neuen Schaden Speck bekommt? Speck mit C, äh, bekommt der mit dem Licht kämpft, der Holy, den die Orks vertrauen, oder was? So, jetzt machen wir ja mal weiter. So viele Briefe, du. So viele Briefe. Ähm. Ähm, ich meine, ob, mir wäre es ehrlich gesagt egal. Ich meine, Disziplinpriester ist ja in dem Sinne sowas. Es ist halt ein Heiler, der halt über Schaden heilt, mehr oder weniger. Also im Endeffekt läuft es ja eh schon darauf hinaus. Aber meiner Meinung nach wäre es nicht das Richtige für Blizzard, noch mehr Spezialisierungen zum aktuellen Zeitpunkt hinzuzufügen. Ähm, in der Zukunft eventuell, so im übernächsten Addon oder so, weil jetzt mit Dragonflight sind sie ja dabei, so die vergangenen Fehler auszubessern. Content einzufügen, der halt mehr oder weniger permanent relevant bleibt und so weiter und so fort. Äh, deswegen ich wäre mehr oder weniger dafür, dass sie halt, äh, ja, sich erstmal Zeit lassen und schauen, dass sie die Klassen jetzt alle so, äh, fertig machen, wie halt gerade, äh, wie es halt gerade möglich ist. Was sie ja gerade sowieso tun, weil man sieht ja von Patch zu Patch kommen permanente Reworks für die Klassen und danach sind die Leute immer mega hyped. Äh, wie ja bei Retrie, wie bei Magier jetzt und so weiter. Ähm, also, äh, dementsprechend sollten sie erstmal damit weitermachen und schauen, dass die Klassen so funktionieren, wie sie funktionieren sollen und dann in Zukunft halt neue Abilities adden, ähm, die eventuell in die Klassen rein funktionieren, wo du sagst jetzt, ähm, genau, da kommen wir nämlich gleich zur Frage hier. Können wir gleich mit beantworten, äh, Frage 3 findest du, es gibt zu viele Fähigkeiten, ähm, können wir gleich mit reinnehmen, äh, bevor wir noch zu einem anderen Thema dann kommen, äh, und zwar, es ist ja so eine große Diskussion ausgebrochen, das hat, äh, der Content Creator Vin Rook hier angestoßen, wer den nicht kennt, ist halt ein, äh, englischsprachiger Content Creator, der halt seit Anfang an hat BVP spielt und so weiter, ähm, und, äh, da ist dann eine große Diskussion losgetreten innerhalb der WoW-Community, die sich darüber unterhält, ob nicht mittlerweile, viel zu viele Fähigkeiten einfach im Game drinnen sind und, äh, dieser Meinung stimmen sehr, sehr viele Leute zu, das heißt, extrem viele Leute sind der Meinung, dass World of Warcraft einfach zu viele Tasten hat in dem Sinne, also, dass man zu viele Fähigkeiten braucht. Bin ich derselben Meinung? Ja und nein. Manche Klassen? Definitiv. Wenn man jetzt so Sachen hernimmt, wie zum Beispiel den Druiden. Hat Druide zu viele Tasten? Ja. Er hat nämlich einfach, du hast die, äh, sagen wir mal, du spielst Eule, hast dein Mondfeuer, Sonnenfeuer, Star Surge, äh, Zorn, äh, Starfire, glaube ich, ist noch mit dabei, sind sechs Main Abilities, die du mehr oder weniger drinnen hast, äh, dann hast halt mehr oder weniger deine Cooldowns mit dabei, deine Defensive, deine Offensive, deine Mobility, äh, Shapeshiften in den Shapeshifts, also in den verschiedenen Gestalten, hast wieder eigene Fähigkeiten, ich kann dir die Katzen-Abilities mitnehmen, die Bär-Abilities mitnehmen, äh, gleiche beim Schamanen und so mit den ganzen Totems. Er hat extrem viele Fähigkeiten, ähm, bin ich dafür, dass ich es massiv purgen? Nein, äh, ich denke, wir sind in einem Punkt, wo die ein oder andere Klasse vielleicht eine Ability verlieren könnte, aber man das ganze Design rundherum einfach vereinfachen könnte, sodass man es halt den, den Einstieg für die Leute halt einfach einfacher macht in dem Sinne, äh, wie das jetzt genau von starten gehen könnte? Keine Ahnung, bin kein Game-Designer. Ich kann auch nur schlau daherreden, äh, nee, äh, ich hätte nicht wirklich eine Ahnung, ein paar Fähigkeiten vielleicht raus, äh, wenn wir jetzt dazu kommen, zum Beispiel neue Fähigkeiten hinzufügen ins Game, was ich halt ganz cool finde, weil das ist immer so ein Main-Hype, wenn jetzt eine neue Erweiterung kommt, so, was hat meine Klasse jetzt neu? Ähm, dann wäre die beste Möglichkeit, ja, neue Fähigkeiten können geedit werden, finde ich gut, aber die neuen Fähigkeiten, die geedit werden, sollten irgendeine andere Fähigkeit in einer Art und Weise überschreiben. Äh, das heißt zum Beispiel, oh, ich hab da jetzt ganz unten ein neues Talent und das Talent ist der Omega Mind Blast oder so und wenn ich den skille, dann überschreibt er einfach den normalen Gedankenschlag und dann hab ich halt dann den Omega Gedankenschlag halt einfach drinnen, den ich da benutzen kann, äh, der halt irgendeine neue Interaktionsmöglichkeit erlaubt innerhalb der Fähigkeiten und so. Äh, das, das sorgt halt dafür, dass halt nicht so ein, so ein Ability-Bloat mehr oder weniger in den Leisten drinnen ist. Von der Rotation muss ich sagen, heutzutage finde ich Klassen eigentlich komplett fein. Das Main-Problem, was bei vielen Sachen ist, dass die Leute immer noch mehr Min-Maxen bis zum Gehtnipp mehr. Teilweise so komplett unnötig über alles hinaus. Müsste ich mal so eine Guide ansehen für Arcane-Mage, wie man den idealen Opener oder so irgendwas macht. Das ist halt einfach nur noch absurd. Also, wenn ich da jetzt einfach normal nach dem Gefühl hergehe und da halt Touch of the Magi oder wie es heißt und so weiter und dann hereinburste und da keine Macht und so weiter anmache, dann mache ich wahrscheinlich, äh, mit einem gleichen Gear wie ein anderer, der perfekt spielt, vielleicht 2.000, 3.000 DPS weniger, äh, was jetzt kein kompletter Weltuntergang ist. Aber die Leute Min-Maxen das halt so raus und das macht's dann so unglaublich kompliziert und das wiederum macht's verwirrend für Leute, die neu sind im Game, weil die glauben, sie müssen das tun, äh, und das führt zu so derart viel Verwirrung, das glaubst du teilweise nicht, was ich halt, ich meine, ich bin ein Conti-Creator, ich lese halt non-stop die Kommentare unter Videos im Switch-Stream und so weiter und ich sehe ja, wie die Leute auf gewisse Dinge reagieren und dann komplett überfordert sind. Ähm, ich glaube, da ist eine große Misconception auch bei vielen Klassen einfach da, dass die Leute immer glauben, sie müssen das bis zum Gehtnipp mehr Min-Maxen. Wie oft wurde ich halt schon irgendwie ausgebessert und so weiter, äh, auf was ich nicht alles achten sollte und so weiter, äh, was im Großen und Ganzen halt wirklich nicht viel Unterschied macht. Ähm, ich glaube, das ist da irgendwie so ein, so ein gröberes Problem. Ansonsten, äh, von der, von der Ability für die Rotationen her, finde ich die Klassen komplett fein. Es gibt selten Klassen, die extrem mehr Fähigkeiten haben, also in der Main-Rotation. Wir gehen jetzt nur von der Main-Rotation aus, äh, die aus mehr als 5 Tasten besteht. Ähm, ist eigentlich immer das Gleiche, auch bei den Klassen, die halt gememt werden, wie jetzt zum Beispiel Beastmaster Hunter, äh, sind eigentlich ziemlich gleich viele Tasten drin wie bei den anderen halt. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Shadow Priest, mein Main-Rotor ist in dem Sinne Gedankenschlag. Schattenwort Schmerz brauche ich nicht unbedingt, wenn ich mit Vampirberuhigung spiele, weil dann bufft's beides. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 Tasten, die aktiv drinnen sind, plus eine fünfte, die ich auf Kommando mehr oder weniger benutzen kann. Wenn wir da jetzt zum Beispiel mit, äh, Beastmaster vergleichen, der hat dann einmal seinen Kill-Command, der hat dann einmal seinen Cobra-Schuss, der hat dann einmal seinen Stachelpfeil. Und dann hat er noch genauso seinen Executor. Das heißt, da haben wir halt die 4 Abilities, die mit drinnen sind. Also, bei fast allen Klassen ist es irgendwo zwischen 4 bis 5 aktiven Fähigkeiten, die man Bärmann in den Rotationen drückt. Und dann sind's halt, äh, meistens so 2, 3 Cool-Downs, die man dann noch hat, wie, äh, Aspekt der Wildnis für den Jäger, zusammen mit, ähm, Bastille Rav, also dem, wo das Pet Enraged und so weiter. Beim Shadow Priest ist es halt dann PI mit zum Beispiel Schattengeist oder halt auch, ähm, wer heißt's nochmal, äh, hier Lerne-Eruption oder Dunkler-Aufstieg, je nachdem, was man dann halt lieber spielt. Und das finde ich mehr oder weniger komplett fein. Also, wenn wir sagen, äh, klar, sie besteht aus 4 bis 5, äh, Rotations-Buttons, sie besteht aus 2 bis 4 Cool-Downs und dann hast du noch deine Defensive, deine Offensive und dann kommen wir zu Spells, die halt nischenbedingt sind. Was meine ich damit? Also, Fähigkeiten, die man jetzt nicht andauernd braucht. Was sind das für Spells? Das ist sowas wie Gedankensicht. Ist es cool, das zu haben? Definitiv. Äh, ich finde, solche Sachen sollten nicht entfernt werden. Das sind einfach Sachen, die einfach cool sind, weil man sie hat, aber, äh, es ist nix, wo ich jetzt sage, ah, das use ich jetzt andauernd, das muss ich jetzt andauernd benutzen oder so. Ist gleich wie Gedankenbesänftigung. Es ist ein cooles Tool, was man hat, äh, wo man was machen kann, zum Beispiel, wenn man jetzt Low-Level-Content spielt und ich will jetzt einen Mob nicht unbedingt killen, kann ich ihm das buffen, kann ich's leicht da dran vorbeigehen. Wenn ich mir bloß irgendwas skippen will, kann ich das vielleicht wirken. Macht's jetzt, äh, massiven Unterschied, wenn ich das jetzt gar nicht binde? Na, also es ist jetzt, hast du's gebindet? Okay. Äh, hast du's nicht gebindet? Ist jetzt nicht ganz so tragisch. Also, da gibt's immer so, so Dinger, wo man halt sagen muss, es ist cool, diese Fähigkeiten zu haben, gleich mit Levitieren oder so irgendwas. Oder Glaubenssprung. Ich glaub, ich hab noch nie, äh, wenn ich jetzt in einem, in einem, also ich org ja sehr viel Casual-Stuff für die Leute, um halt Dinge kennenzulernen und so weiter. Ich glaub, ich hab noch nie einen Priester gesehen, der mich in irgendeiner Art und Weise gegrippt hat für Mechaniken, wo's grad sinnvoll ist. Also, wenn, dann machen das Leute eher zum Spaß oder sie nutzen's gar nicht oder haben's nicht mal gebindet, also, ähm, oder haben's nicht mal geskillt in dem Sinne. Äh, gibt's mehr oder weniger viele von diesen Abilities, die man da halt mitnehmen kann, die nice to have sind, aber nicht unbedingt drinnen sein müssen. Ähm, wie gesagt, es sind manche Klassen davon betroffen, wo's halt irgendwie so ein kompletter Overkill ist mit Fähigkeiten in den, in den Leisten drinnen. Aber, würd mich eurer Meinung natürlich genauso interessieren. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben. Und irgendein Thema hatten wir hier jetzt noch, was haben wir noch? Ähm, achso, mit den, mit den Taschen an sich, ähm, find ich mittlerweile gar kein Problem mehr mit den Taschen. Sind viele Items immer in den Taschen drinnen? Ja, relativ, wenn's jetzt mal in der Main ist, da hab ich halt, da hab ich halt einmal, bei meinem Paladin mein Retri-Gear für BVB, mein Retri-Gear für BVB und mein, äh, mein Tank-Gear für BVB habe ich einmal mit. Und dann hab ich noch so ein paar Teleport-Items und so's da für mein Inventar. Ähm, das nimmt so ein Viertel ein vom Inventar. Muss sagen, das ist mehr oder weniger komplett fein. Ich mein, die Taschen werden von Addon zu Addon immer größer. Also, man kann immer mehr Sachen tragen. Es sind so viele Währungen drinnen, ähm, dass eh schon ziemlich viel rüber geht drinnen. Und es kommen ja auch noch mehr rein, wenn zum Beispiel die Flugsteine, oh, die sind ja jetzt schon drin, aber die andere Währung, diese Aspect-Crest und so, hab ich ja schon gesagt, die kommen dann mit der nächsten Season, also Season 3 von Dragonflight, kommen die dann auch da rein. Äh, ansonsten, ja, das ist halt einfach das Miss-Management von den eigenen Fähigkeiten, die man dann dann hat, wo man dann halt glaubt, man muss da halt irgendwie noch mehr reinmachen oder so in die Leisten, äh, da kann's dann mehr oder weniger dazu kommen, dass man, ja, sich da ein bisschen zu sehr, zu sehr reinsteigert. So, ähm, jetzt noch ein anderes Thema, schneiden wir noch ganz zum Ende an, und zwar ein recht interessantes Thema, denn, äh, im Datamining für 10.1.7 taucht einiges auf. Und eins der Dinge, die da drinnen aufgetaucht sind, oder eigentlich schon lange aufgetaucht sind, viele Webseiten und Newsseiten und so weiter, berichten jetzt erst drüber, aber bereits mit 10.05, also dem ersten Patch von Dragonflight überhaupt, wurden schon so Druiden-Schultern und Kopf und so weiter gedatament, als auch zahlreiche Klassenwaffen, da haben wir schon oft drüber gesprochen, auch hier, ähm, über diese klassenspezifischen Waffen. Und zwar, äh, wer das gar nicht mitbekommen hat oder verfolgt hat bisher, es gibt für alle Spezialisierungen in-game wieder eine Waffe, das heißt, äh, für Shadow Priest, für Diszi Priest, für Holy Priest und alle anderen Skillungen natürlich auch, äh, in-game gibt es jeweils eine eigene Waffe, und diesmal gibt es auch noch Teile dafür, also Set-Teile dafür, momentan wurde davon erst gedatament ein Kopf, Schultern und ein Gürtel, ob das noch mehr wird, keine Ahnung. Und wir haben auch schon den In-Game Tag dafür, äh, der In-Game Tag, es sind kosmetische Items only, das heißt, das sind keine Tearsets oder sonst, irgendwas, sondern es sind komplett kosmetische Items nur. Jetzt ist die Frage, woher kommen die? Das ist die große Frage. Wir wissen, es ist höchstwahrscheinlich nicht in 10.1.7 drin, wir haben nur das Data Mining bisher immer wieder von diesen Teilen, wie gesagt, es ist schon seit 10.05 mehr oder weniger, äh, die ersten Teile aufgetaucht und die Waffen und so weiter, und von Patch zu Patch kommen da irgendwie mehr und mehr rein. Jetzt ist noch die Frage, für was ist das? In einem der Interviews mit Bellula Gaming, glaube ich war das, wurde schon vor längerer Zeit gesagt, dass sie nochmal gerne sowas wie den Magiaturm machen würden. Äh, das Interview war irgendwann in Shadowlands, aber sie meinten damals, dass Shadowlands nicht das richtige Add-on wäre dafür, äh, und sie das eher im nächsten Add-on machen würden. Das heißt, kriegen wir eventuell einen neuen Magiaturm? Also jetzt nicht wieder die gleiche Herausforderung, weil die haben wir ja jetzt nach wie vor, seit Shadowlands mehr oder weniger, aber gibt's vielleicht eine neue Herausforderung? Wenn ja, wie sind die ganzen aufgebaut? Äh, und wo findet das Ganze denn überhaupt statt? Meine persönliche Spekulation dafür ist, dass sie die Brawlers Guild nehmen. Ähm, warum? Die Brawlers Guild, also die Schläger-Arena, die gibt's ja zum Beispiel in Orgrima, äh, hier im Tal der Ehre, da oben dieses Haus und in, äh, Sturmwind, beziehungsweise Eisenschmiede, wenn man halt in die Bahn reingeht von Sturmwind aus, da kann man ja unten auch in die Boxbar, glaube ich, heißt sie für Allianz, kann man da reingehen. Ich tippe, dass sie das dafür hernehmen, äh, wenn sie sowas implementieren möchten. Warum? Weil sie bereits gesagt haben, in ebenfalls einem der Interviews für Dragonflight, dass in Dragonflight irgendwann die Brawlers Guild wieder zurückkommt. Das heißt, vielleicht sind diesmal da drinnen die Challenges und man kann irgendwie auch Leuten dabei zusehen, wie sie diese Herausforderung gerade angehen. Ähm, bin sehr, sehr gespannt, äh, ob sie das dann alles da drin remastern, auch wenn die Brawlers Guild zumindest wieder kommt. Äh, ansonsten wäre ich halt gespannt, ob das wieder ähnlich gehandhabt wird von Encountern und Co. Weil ich muss sagen, der Magierturm war schon relativ cool gelöst. Und, ähm, dann noch eine ganz, ganz große Frage. Und zwar vom Schwierigkeitsgrad her. Würden sie es wieder so gestalten wie den Magierturm, dass er am Anfang wirklich, wirklich schwer ist und wirklich nur der minimalste Spieler schafft halt, ganz am Anfang den Magierturm schafft und er wieder nett mitskaliert. Das heißt, man kann halt quasi weitergehen und weitergehen und weitergehen und weitergehen in den kommenden Seasons und tut sich dann immer leichter und leichter drinnen. Oder, äh, gibt es diesmal ein fixes Template, was man drinnen hat? Das heißt, wenn ich reingehe, dann habe ich einfach eine fixes, einen fixen Startwert, so wie bei Challenge-Mode zum Beispiel war es ja so, da ist man reingegangen, hat einen fixen Startwert, konntest ein bisschen schießen natürlich mit den Soccer-Items und so weiter, aber im Allgemeinen hatte man halt einen fixen Startwert drinnen. Ob sie das so in der Art und Weise machen? Ich würde eher glauben, dass sie es wieder mit Gearing machen. Warum? Weil Dragonflight ist so derart drauf aus, äh, Content für jedermann zu schaffen. Das heißt, wo wirklich jeder alles schaffen kann in der Art und Weise und ich glaube, dass sie es da wieder ähnlich machen könnten, weil dann hast du halt am Anfang wieder eine schwere Herausforderung für die Leute, die es halt wirklich ganz am Anfang schaffen wollen und dann mit der Zeit wird es halt mehr oder weniger durch Gier, wenn die Leute natürlich gieren, immer einfacher und einfacher. Weil wenn wir jetzt in Magiaturm denken, Magiaturm, also in meinen Augen, natürlich für den einen oder anderen neuen Spieler ist es immer noch schwer, ja, aber in meinen Augen war Magiaturm komplett free mit Antorus. Also da muss es überhaupt nichts mehr drinnen tun. Ich glaube, ich habe die Elishami-Challenge auch nochmal gemacht. Irgendeine Challenge habe ich in 30 Sekunden abgeschlossen, weil ich glaube, es war Agatha, aber ich glaube, es war Elishami, der Fairtrade, ich bin mir nicht mehr sicher. Ah ja, die hat es ja komplett zerrissen da drinnen einfach nur. Also wenn da das Gier hattest dann, da war es halt in dem Sinne keine Herausforderung mehr, sondern es war halt einfach nur noch überfahren. Natürlich haben sich die ein oder andere trotzdem schwer getan, sonst hätten meine Magiaturmgeiz damals nicht so performen. Aber ich hoffe, dass sie es wieder gleich handhaben. Auch wenn ich mir eine Challenge wünschen würde, die immer gleich schwer bleiben würde, das ist irgendwie für viele Leute einfach nicht mehr zeitgemäß, weil die meisten Leute haben halt einfach nicht den Bock, dass sie da halt tryharden bis zum Gehtnettmehr und wollen das halt einfach so schaffen. Das ist generell so ein Mindset, da haben wir uns im Stream auch schon oft drüber unterhalten. Ich persönlich mag das nicht. Ich mag es einfach, wenn man sich halt reinfuchsen muss in irgendwas, um einfach besser zu werden, um das halt irgendwie abzuschließen. Aber Dragonflight beweist uns halt mehr oder weniger das Gegenteil, sondern alles muss halt zugänglicher und leichter für die Leute werden. Deswegen tippe ich auch da in dem Fall, dass sie es wahrscheinlich so in dem Sinne irgendwo handhaben würden. Aber an sich würde ich das wieder feiern. Ist auf jeden Fall wieder cooler Content, würde ich definitiv wieder mit allen Chars machen. Gerade weil ich so Challenges, so Solospieler-Challenges mag ich immer mega in Games, auch in, wie gesagt, auch in MMOs und so weiter, wo man halt einfach mit seiner Klasse zeigen kann, was man kann. Und da kommen wir wieder zu dem Ganzen, mit den Unique-Fähigkeiten der Klassen, denn die kann man da halbwegs in diesen Challenges immer einbinden. Und das finde ich immer ganz cool, wenn man dann halt diese Fähigkeiten, was wir vorher gesagt haben, die man nicht alltäglich braucht, halt tatsächlich dann für irgendwas nutzen kann. Ich habe zum Beispiel, ich meine, Mönch ist jetzt das, was mir gerade spontan einfällt, aber beim Mönch hast du halt den Teleport. Und den Teleport gibt es so viele. Ich habe noch nie irgendeinen Tank gesehen, der im Mavic bloß irgendwie versucht, diesen Teleport irgendwie umzusetzen und für irgendwas zu benutzen. So, die benutzen halt einfach nur immer ihre normale Mobility. Und das sind halt so wie bei der Mage-Start-Challenge mit Krul und so weiter. Ja gut, dann setzt ihr halt den Port, hast du aus Versehen in den Knockback rein, zack, kann ich mich wieder zurückboarden und so. Sind ja nur Kleinigkeiten jetzt, aber es ist halt cool, dass man halt mit seiner eigenen Klasse da und seinen eigenen Fähigkeiten, die man mitnehmen kann, da halt dementsprechend ein bisschen performen kann. Ich denke, Mage-Start-Challenge wird es auch noch ein bisschen interessanter machen, wenn es halt dann irgendwie, wie soll man sagen, ja okay, ich vergesse, was ich gerade sagen wollte. Ansonsten, wie gesagt, Mage-Start-Challenge im Generellen wäre halt cool, aber ich bin gespannt, wo sie es implementieren und wie wir das dann in Zukunft nennen. Vielleicht ist es dann kein Magier-Tour mehr, sondern wir sind irgendwo im Kanal unterwegs und es ist die Gully-Challenge. Jo, wieder Bock auf die Gully-Challenge, Leute. Würde ich mega feiern. Ich hoffe, dass es cool designt ist auf jeden Fall und dass es wieder verschiedene ist für Tank, Highlight, DPS und so weiter. Eventuell auch, ich meine, noch cooler wäre es, wenn es überhaupt für die verschiedenen Specs eine verschiedene Challenge wäre, aber das wäre wahrscheinlich dann zu viel. Ich denke eher, dass wenn sie so etwas machen, dass es wieder halbwegs gleich gehalten wird, so, dass halt wieder die Ranges so die ähnliche Challenge haben und die Meleys so die ähnliche und so weiter. Aber ja, ich meine, diesmal gibt es halt, diesmal hat man wenigstens nicht das Problem, wie beim, wenn sowas kommt, dass es nicht so ist wie beim Magiaturm, wo man am Anfang extrem darauf angewiesen war, welche Legendaries hat. Zum Beispiel Beastmaster Hunter war am Anfang unmachbar ohne das Selfie-Legendary. Wenn du diese Selfie-Legendary nicht hattest, konntest du es einfach nicht abschließen, weil einfach zu viel Schaden reingekommen ist und da war es halt schon sehr hart auf Luck angewiesen. Das weiß ich noch, weil das war das erste Lego, das ich gezogen habe und alle Hunter im Stream waren damals mega mad, weil sie halt den, diese Hose, glaube ich war es, einfach nicht bekommen haben. Deswegen, daher haben wir es schon mal ein bisschen besser, dass wir diesmal nicht auf gear angewiesen oder nicht auf so spezifische Dinge angewiesen sind, sondern man mehr oder weniger dann alles benutzen könnte. Aber alles in allem, Solo-Challenges sind super fürs Game und ich hoffe, dass Blizzard generell weitermacht mit diesem ganzen Random-Content jetzt. Das ist was, was ich mir so sehr gewünscht habe schon. Man hört mich immer wieder reden drüber, wenn der vergangenen Let's Plays anschaut oder so Spekulationsvideos und so weiter. Ich mag das einfach, dass sie jetzt diesen Weg gehen und wirklich Content einfügen im Game, der permanent relevant bleibt. Also das ist Naxxramas Ding zum Beispiel jetzt. Permanent relevant, das bleibt im Game. Du kannst einfach diesen alten Content farmen und die Leute haben Spaß dran ohne Ende. Man kann Gold scheffeln damit ohne Ende. Ich habe schon so viele in der Community gesehen, die farmen nonstop Naxxramas, holen diese Lamented-Teile da raus, nämlich Crusader-Teile und verkaufen die halt einfach. Gibt ziemlich viel Gold, also auch da zum Gold farmen auch sehr nett und dementsprechend, die heißt einfach Hopsi Hoppala, das habe ich noch nie gesehen. Dementsprechend natürlich sehr nice, wenn sie solche Sachen immer mehr und mehr implementieren und gerade auch mit den World Events und so weiter, dass sie da irgendwas schaffen, was halt dann in Zukunft auch relevanter bleiben wird, vielleicht anhand von den Hard Modes und Co. So, jetzt allerdings lassen wir es erstmal gut sein mit der Folge vom Let's Play. Ich hoffe auf jeden Fall wieder, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, ein Däumchen nach oben. Wenn du noch Fragen habt, wie mal ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Netflix Folgen, alle Links sind unten in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao. 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 Ciao.